Guten Tag, hier sind wir wieder hin, Pam. Ja, und dann wollen wir mal ein bisschen spielen hier. Wie ist mit dabei? Ist der Dominik? Ein ganz netter Typ nebenbei. Ja, wir werden jetzt die ganze Stimme, äh, Runde so lange reden. Ja, den wollen ich nicht, aber ich hab mir nur gedacht, ja, ein bisschen Stimme nimm mit dir, dann kann man ja mal machen, wa? Ja, wir haben hier wirklich nichts zu tun, glaub ich. Dieses Spiel bringt uns noch in die Klappsee. Klappsee, Klappsee, ole ole, scheißding. Tschüss! Was? Wie? Warum? Hmm? Fastblatt, Alter. Hat er mir voll gestealt. Weil wir uns gleichzeitig umgebracht haben. Alter, Veteran. Veteran, bleib weg von mir. Hör auf vor, mit zu fahren. Boah, da haben wir uns aber grad relativ souverän durchgeschlängelt, meinerseits. Wie sieht's denn bei dir aus? Hast du schon? Boah, schon. Boah. Boah, Veteran, du Penner. Voll der Veteran, Alter. Was passiert eigentlich? Hm, naja, geil. Ich wollt grad gucken, was passiert, wenn man in einem oder anderen Fahrzeug spawnt, dieses Spawn-Protection hat. Veteran hab ich mal wieder umgelegt, weil ich's kann. Bist, aber du bist erster? Hm. Mit meinem Truck, ja. Alter! Alter! Alchi, danke. Danke, Alchi. Danke. Danke. Ha, die Alchemisten sind auch hier. Das ist ja toll. Kennst du Batman Arkham Origins? Das hast du mich eben schon gefragt. Ja, aber du hast nicht geantwortet. Doch, ich sagte, nein, tut mir leid. Ja, dann raus, da gibt's einen Multiplayer, da spielt man die Joker Gang oder die Bane Gang, ja. Und da kann man da online spielen, das ist voll geil. Ja, nochmal Veteran gekillt, ich kann's halt, die drei Kills sind alle vom Veteran. Also, ich find's super, du hast wirklich eine Stärke dazu, das Thema vom Spiel total abzulenken und die Aufnahme auf irgendwas anderes zu konzentrieren. Das ist top. Beste Laisung. Bleib die Bane. Ich mach da, dauert meine B. Und toll. Hi, Scotch. Hi, Scotch. Du hast eine B? Ja, immer. Ich hab nur wie... A, D. Hä? Hä? Hallo? Da geht's hoch. Geht's also hoch. Und ich bin letzter, habe nur einen Kill. Tolle Voraussetzungen. Für einen weiteren Sieg. Hm. Naja, einen Sieg schenke ich dir, ja. Wollen ja mal nicht so sein, wa? Ja, wir wollen ja nicht so sein, ey. Ja, ich bin nochmal gekillt. Läuft. In Bayern ist das ja keine Art, einfach mal die ganzen Leute hier umzubringen. Oh, so ganz unfreundlich wäre das, wa? Ja. Vielleicht denkst du gerade irgendwie Bayern? Oh, na, na. Keiner redet so in Bayern, ganz ehrlich. Ha, geil. Schreit das denn nicht so, wa? Und gehst du wieder heute aus der Türke fest, ey? Und wenn ist das nicht Bayerisch? Ach, du redest doch immer so. Nein. Ah, da, klar ich hin. Los, brenne! Scheiß Bone Protection. Geh weg, weiche Dämon. Boah, die machen mir echt Angst hier. Ähm. Was bringt dir das, wenn du so weit vorne fährst und der andere trotzdem fünf Kills hast und du eine vier? Ach, das. Ähm, doch mal. Alle immer. Ach, das bringt es dir. Mit was hast du mich da getroffen? Ich hab's nicht mal gesehen. Ja, dauert meine B. Deine B. Na klar. Deine B ist die rote Woll. Ja. Achso, ja, ich bin ja hier an Tastatur, obwohl man es unten rechts sieht, weiß ich gerade trotzdem nicht. Answoller ist am besten. Nein. Für das Spiel schon. Nein. Oh, noch weiter ran, noch mal gekillt. Uh, jetzt wird er gefickt. Lass Veteranen in Ruhe. Hä? Lass Veteranen in Ruhe. Und lass, hör auf, dein blödes Holz zu legen. Nein, noch mal Holz, komm. Du Holzer, du. Harzer. Du bist ein Harzer. Du Harzer, ja genau. Wir könnten mal wieder MTA spielen. Und da macht er schon wieder. Ja. Link, das stimmt. Ja, ich hab's nicht immer abweichen. Hallo, wir spielen heute PAM. Hm. Ey, hast du schon GTA 5 angeguckt? Ey, da kommt ja First Person rein. Das ist ja krass. Was hast du gegen mich? Ey. Ey. Ey, ich bin einfach nur letzter und das frustriert mich. Geh weg. Sie haben gewonnen. Yes. Yes. Mein erstes Mal. Yes. Damit steht es 4 zu 1. Haha. Ja. Hast du dann aufgehört? Es steht 4 zu 1. Haha. Fertig. Also wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Diese Runde geht wieder nur 5 Minuten, weil ich einfach keine Lust mehr hab, noch eine Folge hinterher dran zu klatschen. Wir sehen uns dann in der nächsten Runde wieder in PAM, in MTA, in Ace of Spets, in Hazard Ops, in Farquay 3, in Ja. Haha. Ja, schreibt in die Kommentare. Einhorn. 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 Ja, sei ruhig. Mama, ich bin Einhorn. Schreibt. Ich bin Einhorn. 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 Schlagzeugen. Pff.